Das Lichtschwert ist die mit Abstand bekannteste Waffe in Star Wars. Durch die verschiedenen Lichtschwertfarben, Kampfstile, Typen und Griffe war jeder Jedi und Sith auf seine ganz eigene Art individuell. Wenn wir allerdings viele tausend Jahre zurückreißen, zu der Zeit, als die Sith lebten, die heute als die antiken Sith bekannt sind, dann fällt einem sofort auf, dass die meisten antiken Sith keine Lichtschwerter verwendeten. Warum dies so war, werdet ihr in diesem Video erfahren. Doch vor dem Video wieder einmal eine kleine Bitte. Gerade einmal knapp 19% der Zuschauer haben diesen Kanal abonniert. Lasst deswegen doch gerne ein kostenloses Abo da, es kostet nichts und unterstützt mich extrem. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Zu dieser Zeit nutzen sowohl die dunklen Jedi als auch die Jedi-Ritter eine Art Waffe, die schon sehr stark an das Lichtschwert angelehnt ist. Diese Waffe hatte allerdings, wie das spätere Lichtschwert, nicht wirklich eine direkte Verbindung zur Macht. Die meisten Sith allerdings nutzten zu dieser Zeit Waffen, die durch die dunkle Seite erschaffen wurden. Durch die Sith-Alchemie, Sith-Techniken und ihr gesamtes Wissen war es in Sith möglich, Waffen zu schmieden, die dunkler waren, als man es sich nur im Entferntesten vorstellen könnte. Die Waffen waren allesamt individuell. Einige Sith nutzten Schwerter, andere Äxte und andere wiederum Speere, die allesamt in langen Ritualen geschmiedet wurden. Die Jedi allerdings verwendeten zu dieser Zeit die Protosaber, die Vorlage des Lichtschwerts. Für die Sith kam es überhaupt nicht in Frage, eine solche Waffe zu verwenden. Denn sie hatte keinerlei Verbindung zur Macht. Die Sith gingen sogar so weit und verbesserten ihre Waffen immer wie mehr. Sie statteten sie mit persönlichen Talismanen aus und veranstalteten längere Rituale, in denen ein Teil ihrer Seele mit ihrer Waffe verbunden wurde. Für die Sith war die Waffe zu dieser Zeit also etwas so Wichtiges und so Ehrenvolles wie für die Wikinger in der nordischen Mythologie. Um mehr auf die Rituale der Sith einzugehen, diese waren wirklich sehr dunkel. Einige Sith töteten ihren größten Feind und die Person, die sie am meisten liebten, um ihre Waffe mächtiger zu machen. Es gelang ihnen ebenfalls, ihre Machtkräfte durch das Schwert hindurch zu verwenden, was wirklich bemerkenswert ist. Doch über die vielen Ehren hinweg entwickelten sich die Sith weiter. Der große Vorteil am Lichtschwert war die Produktion. Und auch wenn die Waffen der Sith unglaublich mächtig waren, so gab es mit der Zeit immer wie mehr Sith, die das Potential im Lichtschwert erkannten. Letztendlich waren es auch die Sith, die den so gehassten Protossaber zu dem Lichtschwert machten, welches die Galaxie später zu fürchten lernte.